Luli heißt auf Deutsch so etwas wie großes Ereignis. Und genau solch ein großes Ereignis ist diese Cuvée aus Montepulciano, Cabernet Sauvignon und Merlot. Der bekannte Weinkritiker Luca Maroni adelte den Wein als einen der besten Weine Italiens und ich gebe ihm recht. Ein unglaublich kraftvoller und zugleich eleganter Wein mit dieser druckvollen Frucht und einer sehr schönen, samtenen Art. Der Wein, der aus jedem Kaminabend ein wirklich großes Ereignis macht.